Ja, hallo zusammen und seid ganz herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Kudelka. Dafür schlägt es mir glatt die Sprache, bevor wir hier überhaupt richtig einsteigen können. Wir sind immer noch im Kloster irgendwas mit N unterwegs. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber der ist zum ersten Mal lesbar geworden, als wir beim letzten Mal ein eigentlich vermeintlich freundliches Ehepaar und quasi die Bewohner und Hüter dieses Klosters hier angetroffen haben, bis sich dann herausgestellt hat, dass die uns mit einer Suppe vergiften wollten, von der Edward im Vorfeld auch gekostet hat. Kudelka war schlau genug, die List und Tücke dahinter zu erkennen und hat verzichtet. Trotzdem sind wir jetzt weiterhin gemeinsam unterwegs, Gott sei Dank, denn die Gegner sind hier nicht ganz ohne. Ich habe zudem neue Erkenntnisse mitgebracht bezüglich meines Speicherdilemmas, denn der Ist-Zustand ist immer noch der, dass ich bisher kein einziges Mal gespeichert habe und mich das ein bisschen nervös gemacht hat. Ich werde da aber gleich drauf zu sprechen kommen. Oha, der Hammer, der ist gar nicht mal so uninteressant. Warte, wir vergleichen mal nochmal mit dem Dolch. Das war mir irgendwie fast klar, aber plus 10 auf Stärke. Ja, 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 ah, oh, das ist schwer, das ist gemein. Das ist echt gemein. Es wäre zur Abwechslung eigentlich auch mal ganz gut, wenn wir ein bisschen Ausrüstung finden würden, weil ich finde jetzt hier Waffen im Überfluss, aber habe noch nichts, was ich meinen Leuten anziehen kann. Ich glaube, es macht schon mehr Sinn, das Kudelka hier zu geben, weil, ja, ich bei den Stats, die da runtergehen würden, bei Edward ein bisschen Zähne knirschend wäre und das irgendwie nicht akzeptieren will. So, gucken wir mal, achso, ah, hier geht es noch weiter. Und das ist doch kein, gar keine Sackgasse. Ey, wir haben noch so viele Wege. Das war beim letzten Mal schon so ein bisschen frustrierend. Ich verliere nämlich so langsam den Überblick. So, was haben wir hier? Das sind wieder die Schaben, Gott sei Dank. Der wartet manchmal so bedeutungsschwanger. Also die Ladezeiten sind manchmal so lang, als würde da vielleicht irgendwie noch ein dritter oder ein vierter nachspawnen. Aber Gott sei Dank ist das nicht der Fall. So, äh, dann greifen wir den mal einmal so an. Ja, zum Speichern. Also, ich habe jetzt im Booklet nachgeguckt, nicht online, sondern ganz oldschool. So wie mir das damals schon bei Vagrant Story auch nahegelegt wurde, als ich das ein oder andere Thema hatte. Äh, was mich zu Weißglut oder zu Verzweiflung getrieben hat. Oder auch beides. Jedenfalls, ähm, gibt es hier tatsächlich fixe Speicherpunkte. Ich behaupte mal, dass ich davon noch keinen einzigen hier gesehen habe. Ich hoffe, das, äh, kommt hier noch. Aber, und jetzt wird es interessant, es gibt auch sogenannte Schnellspeicherräume und in solchen bin ich schon gewesen. Das sind nämlich die, aber ist leider die Beispielraumbezeichnung nicht mehr im Kopf, aber das sind die, wo so ein komisches S-Symbol war. Ähm, wo diese Räume nochmal so separat beschrieben worden sind per Zeile, die da eingeblendet wurde beim Betreten. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht auch nicht. Wir werden hier demnächst bestimmt wieder, uh, alle Heilmittel haben wir bisher auch noch nicht. Wir werden hier bestimmt noch das ein oder andere Mal solche Räume besuchen und dann bin ich vorbereitet. Denn dann weiß ich, Buklitz sei Dank, äh, was da zu tun sein wird. So, äh, auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist, ich will mir nur nochmal Text und Bild hierzu angucken. Ein Präparat, das verschiedene Kräuter enthält. Es heilt Vergiftungen, Lähmungen, Stummheit und andere abnormale Zustände. Hm, Zustandsveränderungen in solchen Spielen, wo du eh schon wenig Transparenz hast, sind immer eine doppelte und dreifache Freude. Brechstange, Rohr gefunden. Gegenstand mitnehmen, ja. Wann kriegen wir denn endlich mal Rüstung oder Accessoires? Der Ofen geht nicht auf. Aber mit der Brechstange doch bestimmt oder dem Rohr, oder nicht? Hm, geht das hier in dem Spiel, dass du mit bestimmten Waffen bestimmte Dinge auslösen kannst? Äh, warte mal, wo ist denn das Rohr hier? Normal-Rohr. Geht zulasten der Stärke, aber erhöht die Konstitution, was bei ihr gar nicht so verkehrt wäre. Ich nehme das mal, weil ich gucken will, ob sie mit dem Rohr hier vielleicht... Der Ofen geht nicht auf. Okay, ich dachte, sie würde das vielleicht zu ihren Gunsten irgendwie nutzen. Tja, ist die Frage. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Mir ist wichtig, dass wenn sie angegriffen wird, dass sie nicht abnippelt. Ich habe eh schon wieder Panik ohne Ende vor dem nächsten Game Over. So, warte mal, ich muss jetzt mal die Treppe hoch, Mademoiselle, bitte. Noch eine, noch eine, auch eine, danke. Ich wollte nämlich gucken, ob man hier noch mit irgendwas interagieren kann. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Ich gehe jetzt ja einfach bis zum Ende durch. Also, ich... Oh Gott, das sind neue Gegner. Die kennen wir noch nicht, aber die sind zu dritt. Das heißt, die sind hoffentlich nicht allzu übel. So, warte mal, ich gehe mal... Äh, ich weiß gar nicht, ob eine Kudelka mit... Wie sie da steht mit dem Rohr in der Hand, hä, so völlig... So völlig lost irgendwie sieht das aus. Ich greife mal den hier an, damit Kudelka gleich nur gerade auslaufen muss. Ah, ich dachte schon, die Viecher wären nicht One-Hit. Was zur Hölle soll das überhaupt darstellen? Ich erkenne es nicht. Ein Gegnername würde halt helfen. Ich würde schon sagen, dass das irgendwas Wurmiges, Schlangiges sein soll. Aber kein Plan, ich erkenne es nicht. Oha, das Rohr teilt aber besser aus, als ich dachte. Das, äh, erfüllt mich mit Freude, muss ich sagen. Vorbei, das erfüllt mich noch mehr mit Freude. So stelle ich mir die Kämpfe vor. Bitte mehr davon. Und wenn die jetzt auch noch viele Erfahrungspunkte da lassen, dann bin ich doppelt und dreifach glücklich. Äh, aber die Animation, ne? Das dauert alles schon sehr, 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 sehr lange. Also, weiß ich nicht. Ist es realistisch, irgendwann mal auf eine Neuauflage von Kudelka zu hoffen? Ich träume ja sowieso irgendwann von so einer Remaster-Box. Uh, Käse! Wo einfach alle Teile in einer riesigen Box zu haben sind. Ich schwöre euch, ich würde mein Konto plündern. Egal, was die dafür haben wollen. Dafür würde ich alles bezahlen. Ähm, Objekte aus Risto. Unge und ein Marquise nicht benutzen. Noch nicht. Hausgemachter Hartkäse, der unter Druck gereift ist, frischt GP auf. MP wären mir lieber gewesen. Aber okay. Warte mal. Kann es sein... Ne, das hier war für MP genau. Das ist aber... Telis ist das Einzige, was MP auffüllt, glaube ich. Ich meine, darüber hinaus haben wir ansonsten nichts. Aber kommt vielleicht noch. Dafür haben wir inzwischen fünf angehäuft. Ich hatte irgendwie gedanklich abgespeichert, dass wir weiterhin bei... Bei Zweien sind. Etwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott, die Geräuschkulisse. Da liegt einer tot am Boden. Also vielleicht war der gar nicht tot. Ey Leute, ich will wenigstens einmal speichern, bevor ich in so eine satanischen Räume reingehe. Was ist das? Habe ich da gerade rechts eine Leiter gesehen? Ne, das ist nur ein Regal. Aber das sah aus wie ein Regal, was man besteigen könnte. Machen meine Leute vermutlich nicht. So, einmal Karte checken. Nur um ein bisschen Orientierung wieder zu finden. Dieses rote, dieser rote Balken. Diese wahrscheinlich nicht zu öffnende Tür. Die kann ich gerade gar nicht zuordnen. So, also bevor ich da weitergehe, will ich auf jeden Fall einmal gespeichert haben. Weil das war mir gerade zu auffällig und zu dangerous. Ich gucke jetzt mal eben kurz, was wir hier sonst noch an Optionen hatten. Bin ich hier beim letzten Mal die Ränder abgelaufen? Ne, scheinbar nicht. Käse gefunden. Jawohl. Ich dachte, das wäre eine Tasse gewesen oder so. Da liegen auch noch Papiere auf dem... Was? Hier gibt es nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Da liegen auch Papiere. Ich hätte ja fast gesagt, vielleicht finden wir hier die nächste Karte. Aber die haben wir ja für das Gebiet. Deswegen brauchen wir das eigentlich nicht. Es gab im Booklet auch zu den Speicherpunkten so eine kleine Bebilderung. Und ich meine, das sah so ein bisschen Statuen-Kristall-mäßig aus. Also ich schätze mal, dass wenn man an so einem Speicherpunkt angelangt ist, dass man den auch ganz gut erkennen wird. Ich muss mir angewöhnen, wenn ich mit Edwards zuerst vorpresche, dass ich immer erstmal versuche, wenn er denn so weit laufen kann, die Edwards unbrauchbar. Unbrauchbar. Okay. Waffen gehen hier also kaputt. Schön. Also eigentlich überhaupt nicht schön. Ich hasse das. Warum ist das so? Oh man. Ah. Ungeil. Okay, warte mal. Warten. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe nämlich mit einer anderen Waffe eh bei ihm schon geliebäugelt. Boah, ich weiß nicht. Kriege da die mit einem Faustkampf jetzt platt? Hä, das heißt du levelst die einmal? Dann wird die richtig stark. Und dann geht die kaputt. Das ist auch interessant. Aber vor dem Hintergrund macht es dann auch Sinn, dass du durchaus ein paar mehr Waffen auch findest und bekommst und so. Weil, ähm, ja, sonst stehst du irgendwann ohne da und kannst dir mit Fäustchen irgendwie kämpfen. Aber es ist trotzdem ungeil. Hätte ich die Waffe denn irgendwie reparieren können? Hätte ich das abwenden können? Vielleicht gehen auch nicht alle kaputt. Ich habe keine Ahnung. Mich macht das trotzdem ein bisschen traurig. Ich habe mich nämlich mit dem Dolch sehr gut, äh, arrangiert. Und hätte den gern... Achso, ich muss nochmal drücken. Ich hätte den gern für, für den nächsten Bossfight auch genutzt, weil ich diesen Doppelangriff so charmant fand. Ach, Mann. Okay. Das macht aber die Random Encounter, finde ich, auch ein bisschen unattraktiver. Weil wenn du dann irgendwie mal leveln willst und Kämpfen nicht aus dem Weg gehst und so, dann bist du ja voll gelackmeiert, wenn deine ganzen Waffen nach und nach kaputt gehen. Ich glaube, es wird an der Zeit mehr zu zaubern. Deswegen hat man mir auch gerade Teles gedroppt. Das ist doch alles schon wieder höhere Gewalt, die uns was mitteilen will hier. So, Brotvorräte benutzen. Einmal für den Herren, bitte. Da müssen wir jetzt bei ihm mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die Waffe war, die ich für ihn mal ins Auge gefasst hatte. Aber das könnte er eigentlich hinhauen, ja. So, aber der Revolver wird doch nicht irgendwann kaputt gehen, oder? Oder hatte ich einfach nur Pech? Vielleicht hat das gar nichts mit Abnutzung zu tun. Ich weiß, keine Ahnung. Weil hier ist ja auch kein Wert eingezeichnet oder so. Selbst wenn du hier bei Objekte auf Waffe gehst und dir das durchliest. Warte mal, das können wir mal beim Rohr machen. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Einfaches Metallrohr, wie es zum Beispiel für Wasserleitungen verwendet wird. Durch die leichte Krümmung an einem Ende als hammerartige Waffe geeignet. Hier steht nichts von kann kaputt gehen. Oh Mann, ey. Na gut, wir werden uns damit wohl arrangieren müssen. Unabhängig davon, ob ich das... Da führt eine Treppe runter? Ach, da bin ich hergekommen. Okay, nee, dann passt das. Ähm, genau so. Hier bin ich nämlich gleich in die Tür rein. Nicht, dass wir hier auf der rechten Seite noch irgendwas haben. Ich drücke die ganze Zeit X. Und hier wurde uns genau zuletzt der Zugang verwehrt. Zumindest so lange, bis wir einen roten Schlüssel irgendwann irgendwo finden. Das wird vermutlich noch etwas dauern. Vielleicht sind das auch die End-End-Gegner dieses Klosters hier. Wer weiß. Vielleicht werden wir früher oder später uns nochmal über den Weg laufen. Was ich halt nur nicht verstehe. Ii, das ist ein neuer. Den erkennt man irgendwie kaum. Ist das ein dicker Felsklops, der in der Luft schwebt? Äh, ich gehe einfach mal hin und kloppe auf den drauf. Das ist unsere Spezialfertigkeit. Aktion, angreifen, ruft er da. Bitte ordentlich mit Schmackes. Ich habe, jawohl, ein bisschen Angst vor dem. Okay. Wie seine Augen gerade noch so nachgeleuchtet haben. So, als hätte er uns noch einen letzten Blick zuwerfen wollen. So nach dem Motto, mit dir bin ich noch nicht durch, Freundchen. So, irgendwas sollte ich gerade noch sagen zu den beiden. Achso, ja, was ich nicht verstanden habe. Warum zur Hölle haben die uns Munition geschenkt? Weil ich habe am Anfang auch geglaubt, dass die vielleicht irgendwie was Böses im Schilde führen könnten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie uns beschenkt haben. Da dachte ich dann, okay, die sind doch vertrauenswürdig. Das kann ich irgendwie alles noch nicht so einordnen. So, hier hatte ich ja eingangs vermutet, dass der richtige Weg wäre. Ich will halt nur einen Speicherpunkt erreichen. Sobald das geschehen ist, gehe ich sofort wieder zurück in den Raum, wo... Wie wurden wir nochmal davor gewarnt? Ich habe... Hier! Das ist ein Speicherraum. Da kannst du nämlich... Da hast du nämlich dieses S-Symbol. Und da musst du einmal auf Kreis drücken. Einmal auf Kreis drücken. Ich tue es, aber es passiert nichts. Hat der jetzt gespeichert oder hat der nicht? Mann, warum ist denn das so kompliziert, ey? Lesen. Warum ist Lesen noch ausgegraut? Muss man hier erstmal die Todesgrundschule besuchen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal nochmal raus und wieder rein. Also stand ziemlich deutlich drin, dass du per Druck auf Kreis speichern kannst. Aber dass das hier so gar nicht visualisiert wird. Da! Speichern! Das ist aber nicht Kreis! Leute, das ist X! Ich habe auf X gedrückt. Oh Mann, ey. Okay. Aber egal. Ich kann einen temporären Speicherpunkt anlegen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Zugriff auf Memory Card nicht entfernen. So. Sehr schön. Von anderer Spieldatei belegt. Aber im Booklet stand, dass du sowieso bei dieser... Weil das ist kein echter Speicherpunkt. Dass du sowieso nur ein belegen kannst. Von daher ist das okay. So, weil ich glaube weiterhin, dass das hier der richtige Weg ist. Wobei, das könnte auch eine Sackgasse da hinten sein. Warte mal. Ich will nicht nochmal speichern. Nein, nein, nein. Jetzt komme ich hier die ganze Zeit rein, obwohl ich nicht rein will. Wie kann ich denn dieses Dings da weg machen? Hä? Ich komme jetzt ins Speichermenü, wenn ich Dreieck drücke. Ich verstehe gar nichts mehr. So, jetzt ist es auf jeden Fall weg. Und es ist gut, dass es geklappt hat. Karte. Äh. Das sieht... Nee. Ich würde sagen, das sieht nach Sackgassenraum aus. Aber da oben geht es ja weiter. Okay, Leute. Wir ziehen uns jetzt nochmal zurück. Ähm. Ich renne, was das Zeug hält, zurück an dem Ort, wo gerade Gefahr in Aussicht gestellt wurde. Und zukünftig läuft das alles ein bisschen koordinierter ab, weil dann weiß ich ja, äh, was ich zu tun habe. Mich nervt, dass die beiden... Ich glaube, ich werde die in der, in der Startaufstellung beide nach vorne stellen und beide nebeneinander. Weil bei diesen Gegnern hier ist eigentlich der Laufweg das ätzendste. Weil die machen ja guten, die machen ja guten Schaden. So, du gehst mal auf den. Die müssen halt nur erstmal hin. Und das, äh, zieht sich hier das mal ein bisschen. Ich habe jetzt jedes Mal Angst, wenn meine Leute auf die Gegner einkloppen, dass die Dings kaputt gehen könnte, die Waffe. Das fühlt sich nicht geil an. Mh. So, nee. Hier warten wir erstmal wieder. Die haben bisher, glaube ich, nie wirklich viel Schaden ausgeteilt, aber... Gibt ja immer ein erstes Mal. Damit haben sie bisher auch immer nur Kudelka getroffen. Deswegen habe ich die noch als relativ harmlos in Erinnerung. Ja, weil sie halt das ganz gut wegstecken kann. Während ich bei Edward nicht ein einziges Mal Resistenz oder sowas gelevelt habe. Ich glaube, der ist da noch einstellig. Es sei denn, die Level-Ups haben ihm noch irgendwas on top gegeben. Mich irritiert auch gerade ein bisschen. Ich dachte, ich hätte noch drei Wege, aber eigentlich... Eigentlich sind das jetzt nur noch die beiden. Habe ich irgendwas... Irgendwas noch übersehen oder vergessen? Ich glaube nicht, weil von der Küche aus gab es nur die eine Route. Und hinter dem Raum, wo man... Wo man die Treppe runter geht zu dem alten Ehepaar. Also davor hatten wir, glaube ich, auch soweit alles. So. Sag mir bitte, dass du schaffst, den Platz zu machen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommt nämlich leider der andere Gegner, glaube ich, nochmal zum Angreifen. Ja, ja, nee, ich will dich eigentlich gar nicht bewegen. Warum will ich bewegen? Aus, du stehst da ganz gut. Aktion! Sehr gut! Gut, dass ich ihm irgendwann mal ein Beweglichkeitspünkelchen gegeben habe. Dadurch kann er jetzt nämlich nochmal zuhauen. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Eigentlich müsste man für die schweren Bossfights... Also vielleicht gibt es ja auch keine Bosse, keine Ahnung, was hier noch passiert. Aber eigentlich müsstest du, wenn die Waffen einmal leveln, die dann ablegen und wieder in die Hand nehmen, wenn wirklich ein schwerer Gegner dann auf dich wartet. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre strategisch, glaube ich, voll sinnvoll. Aber ich habe so gar keinen Bock, die schwächeren Waffen jetzt hier erstmal einzusetzen. Ah, schwierig. Andererseits findest du wahrscheinlich auch immer kontinuierlich Waffennachschub. Insofern ist das vielleicht auch ein bisschen... Wäre das vielleicht ein bisschen übervorsichtig, keine Ahnung. So, dieser Raum, wo ich jetzt nämlich gespeichert habe, das war, glaube ich, der zweite. Wir haben hier nicht... Also wir standen gerade... Also ich hätte von oben an der Treppe noch zwei Räume weitergemusstern, wäre da noch ein anderer Speicherraum gewesen. Es ist... Ach, du grüne Neune. Das ist nämlich der Raum, wo ich meinen ersten Game Over hatte. Da hätte man auch noch speichern können. Okay, vor dir habe ich echt ein bisschen Angst, Kumpel. Aber du stehst eigentlich ganz gut, weil du nicht so ganz hinten bist. Ich habe schon wieder vergessen, die Aufstellung anzupassen. Gucken wir mal. Also wenn der jetzt hier nicht viel Schaden macht, dann muss der gegen Magie empfindlich sein. Aber 411 ist mehr als ordentlich und der ist down. Sehr schön. Sehr gut. Seinen Angriff hätte ich nämlich ungerne abbekommen wollen. Der sah schon relativ stark aus. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass wir mit so einem Hammer so viel Damage austeilen. Wo er doch so einen dicken Schild auch noch mit sich trägt. So. Und jetzt war im hintersten Raum die Küche. Bloß keine Zeit verlieren. Weil wenn da jetzt irgendwas Krasses passiert, vielleicht wartet da sogar der erste Bossfight. Dann habe ich eh alles hier umsonst gemacht, weil wir dann nochmal neu laden müssen. So. Und dann einmal. Hä? Achso. Es sind übrigens auch mega verstörende Hintergrundgeräusche teilweise. Ich habe mein Headset relativ leise, aber ich habe... Moment. Das hier war der dritte Weg. Wie konnte ich das denn vergessen? Was ist das denn hier schon wieder? Okay, shit, ey. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich in den anderen Raum reinkomme. Na gut. Wir werden uns schon irgendwie zurechtfinden. Aber den anderen Raum, den musste ich, glaube ich, von der Küche aus irgendwo betreten. Weil da habe ich doch heute ungefähr den Park begonnen. Ach, ich weiß doch auch nicht. So, ich habe schon wieder vergessen, die Aufstellung anzupassen. Mann, ey. Voll das Déjà-vu gerade. Es gab nämlich auch andere Spiele, wo das in der Vergangenheit mal ein Problem gewesen ist. Ähm, aber hier komme ich noch zum Angreifen. Das ist gut. Das hat ihn also wenig problematisch. Und das waren doch auch Gegner, wo Koudelka die ebenfalls gewone-hitted hat, oder? Oder ist das gerade Wunschdenken? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. So, Aktionen angreifen. Ach, sie kann auch in der Diagonalen an die Gegner ran. Ja, dann machen wir das doch mal. Weil dann kann Edward ohne sich zu bewegen. Ist er down? Ja. Knapp unter 300 reicht auch aus. Das ist gut zu wissen. Diese Bewegungsmuster irritieren mich jedes Mal. Aber der lädt sich nur auf. Das ist gut für uns. Vorausgesetzt, es kostet ihn einen Zug. Aber das sieht danach aus. Sehr schön. Du hast hier halt auch irgendwie gar keinen Überblick, welche Gegner so am rentabelsten sind. Ich kann nicht mal sagen, oh geil, der Gegner, der gibt uns viel von, keine Ahnung, was wir hier so bekommen. Experience Points. Das ist halt das, was interessant ist. Aber du siehst halt nichts. Monster Encyclopädie oder sowas hast du hier auch nicht. Das heißt, du tappst hier komplett im Dunkeln. Aber vielleicht war das auch so gewollt. Vor dem Hintergrund, dass das so ein bisschen Survival-Feeling generieren soll. Da leuchtet auf jeden Fall irgendein Kraut oder sowas. Ey, was? Das glaube ich dir nicht, dass du das da nicht aufsammeln kannst. Jetzt provoziere ich gleich einen Kampf. Aber seht ihr, wie das leuchtet? Ey, das kann doch gerade nicht mit rechten Dingen zugehen. Jetzt hat sie das Allheilmittel gefunden. Aber die hat an einer komplett anderen Stelle gerade zugegriffen, als es eigentlich lag. Na gut. Ich bin ja schon dankbar, dass die es überhaupt ein bisschen aufzeigen. Oder leuchten lassen, wie gerade eben, wenn man irgendwas sammeln kann. Der Brunnen, der war da noch so ein bisschen suspicious. Den werden wir uns auch nochmal angucken. Ich hoffe, die steigen da nicht rein und dann haben wir da einen komplett neuen Weg wieder. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann haben wir auch darauf eine Antwort. Oh, da schneide ich mal einen Kampf raus und dann gibt es direkt ein Level-Up. Ich habe übrigens nachgeguckt wegen ihrem Nachnamen. Das ist tatsächlich ein I. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ia-Sand, Ia-Sand oder so. Kein Plan. Aber jetzt habe ich das Mysterium wenigstens auch für mich einmal entziffert. So, ich werde einen Punkt in die Resistenz setzen. Ich werde einen Punkt hier reinpacken. Ich werde einen Glückspunkt machen, weil ich gerne gerade Zahlen habe. Bei der Bewegung bin ich mir noch unschlüssig. Ich glaube, doch, wir machen das ja einmal auf 10. Ja, und damit sind die Punkte auch schon weg. Das ist okay. Lassen wir so. Und Pistolen, Munition. Alles klar. Bitte einmal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir hier einen dreistelligen Wert erreichen können, aber wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt. Würde ich mal behaupten, weil wir hatten zuletzt... Ja, 99 ist Maximum. Das heißt, spätestens jetzt wäre ich blöde, wenn ich ihre Schusswaffe nicht wieder anlegen würde, weil die, ähm... Sonst verpufft die Munition, die wir noch finden. Äh, nicht, dass die 3 von 6, die da eingezeichnet ist, die mich schon seit Part 1 irritiert. Nicht, dass sie auch was damit zu tun hat, wie haltbar die Waffe noch ist. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre irgendwie ungeil so. Aber hier kann ich das einmal für sie einsetzen. Damit ist die Pistolenmunition von 99 auf 96 nur runtergegangen. Heißt das, sie hat jetzt 3 Schuss? Und wenn ich die verballert habe, muss ich ihr wieder Munition nachschieben quasi? Ich werde das jetzt probieren. Also jetzt, wo ich so viel Muni habe, unten ist Licht zu sehen. Es muss dort einen Raum geben. Ja, okay. Aber reinklettern können wir jetzt nicht, oder was? Das sieht irgendwie nach Fliesen aus. Das sieht irgendwie nach so einem Bioshock-Steinman-Raum aus. Okay, aber das Geile ist, ich habe hier eine Sackgasse. Oder? Ich glaube, ich habe hier eine Sackgasse. Guck mal, ich stehe gar nicht mal in den Blickrichtung des Brunnens. Und trotzdem kommt diese Anzeige hier wieder. Na gut, äh, dann habe ich da... Lag da nicht was am Fuße der Treppe? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas Helles. Ich muss nochmal kurz zurück. Das war wahrscheinlich einfach nur eine Spiegelung oder so. Aber seht ihr das? Aber gut, sobald ich X drücke, läuft sie da nach oben. Da kann ich also nicht viel machen. Und da liegt irgendwas Komisches, was so ein bisschen nach Waffe aussieht, da unten neben dem Brunnen. Hm. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich jetzt doch hier gelandet bin. Ich brauche nur eine Lösung für... Äh, für die Frage, wie kam ich nochmal in diesen anderen Raum? Ich hätte alles darauf verwettet, dass diese Tür mich da hingebracht hätte. Hm. Hä, aber warte mal. Irgendwas hat gerade doch nicht gestimmt. Bin ich nicht vorhin, als ich in diesen... Oh nee, jetzt habe ich ihr einen Beweglichkeitspunkt gegeben. Jetzt kommt sie zuerst an die Reihe. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber, wobei, ich wollte ja mit ihr schießen. Moment, vielleicht war das doch gar nicht so verkehrt. Davon ist sie ja nicht down, ne? Nee, das wäre zu schön gewesen. Aber ist okay. Jetzt muss ich bei ihr wenigstens nicht abwägen, ob ich überhaupt Schüsse absetzen will. Das scheint mir nämlich in der jetzigen Situation genau das Richtige zu sein. Ich zähle mal mit. Ich bin schon groß. Bis drei zählen kann ich. Und sie hat jetzt einen Schuss abgefeuert. Aber es erklärt für mich trotzdem nicht, warum ich vor allen Dingen in der letzten Folge war, das glaube ich. Weder schießen konnte, noch Munition nachrüsten konnte. Wir hatten gerade null Schaden bekommen. Das ging auf Kudelka, ne? Edward hätte safe Damage bekommen. Bin ich mir relativ sicher. So, bewegen. Sie ist jetzt stumm. Das ist nicht schlimm. Ach, warte mal. Eigentlich kann sie ja stehen bleiben, oder? Angreifen. Ja. Jetzt kann sie schießen, als wäre nie was gewesen. Jetzt ist der auch down. Das ist eigentlich eine ganz gute Arbeitsteilung hier. Jetzt könnte sie sich bewegen. Macht das von hier aus. So. Jetzt habe ich es nicht mehr weit bis Kampfende. Jetzt steht der... Ach, nee. Der steht auch nicht so weit. Nee. Das sah gerade wieder so aus, als käme ich nicht an den Rand. Diesmal merke ich mir nach dem Kampf Aufstellung anpassen. Ich will den nämlich ganz nach vorne packen. Solange die Gegner imstande sind zu zaubern mit ihren Angriffen, bringt es nichts, sich nach hinten zu verkriechen. So nehme ich das zumindest gerade wahr. Uuuuuh. Der Plunket. Der Plunket hat ein Level up. So. Dann lasst uns mal taktisch klug vorgehen. Wie kann es denn sein, hat Kudelka einen höheren Bewegungswert gehabt als Edward? Ich kann es mir nicht glauben... Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber okay. Wir machen mal hier ein, da ein. Äh, hier ein und... Da ein. So wie beim letzten Mal auch. Ich wette, das wird sich jetzt hier so einbürgern. Ich finde nämlich... Gut, man könnte jetzt Stärke noch ein bisschen krasser ausbauen. Ich wette beim nächsten Mal, wenn ich dran denke, auf, ähm... Ich will mal Kondition sagen. Auf Konstitution verzichten und dafür vielleicht zwei in Stärke reinballern. Äh. Ach so, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Menü, aber jetzt, wo ich drin bin, fällt es mir wieder ein. Oder war das schon richtig eingestellt? Ich glaube, ich konnte gar nicht weiter nach vorne, oder? Warte mal, macht das eventuell Sinn, sie daneben zu stellen? Ich meine, dann ist sie auch so ein bisschen... Äh... So ein bisschen zum, äh... Abschuss freigegeben. Ähm... Aber... Sie kann dann halt auch schneller angreifen. Ich glaube, ich lasse das so. Ich überlege sogar, ob ich das nicht so mache, damit die sich nicht so schnell in die Quere kommen. Ich glaube, so probieren wir das einmal. Dann gehe ich nochmal zurück. Hat er sich das jetzt gespeichert? Ja. Sieht gut aus. Okay, dann einmal raus. Jetzt bin ich schon wieder ins Menü reingegangen. Es tut mir leid, ich habe gerade X mit, äh... mit Dreieck verwechselt. Ich muss jetzt kurz nochmal hier rein. War da nicht vorhin ein Zwischenraum gewesen? Nee, irgendwas verwechsel ich hier, glaube ich, einfach miteinander. So. Ach, das hier ist eine andere Tür. Das ist eine andere... Das ist genau... Okay, alles klar. Dann weiß ich, weil ja meine Irritation rührte. So wie ich das gedanklich abgespeichert habe, war das nämlich ein und dieselbe. Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt gehe ich aber nicht nochmal speichern. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Etwas stimmt hier nicht. Das ist nämlich der Raum, den wir oben vom Brunnen gesehen haben. Kann es sein? Ich habe ich... Hier kriege ich gerade richtig Muffensausen. Ich wollte nur nochmal gucken, ob ich heilen muss. Aber das sieht nicht so aus. Hi. Auf dem Boden liegt ein Mann. Er scheint das Bewusstsein verloren zu haben. Was sind das für eklige Geräusche? Was? Es gibt hier nichts Ungewöhnliches. Ich finde in diesem Spiel und auch in diesem Raum eigentlich alles ungewöhnlich. Ich weiß ja nicht, wo unsere Leute sonst so verkehren, aber für die scheint das irgendwie Normalität zu sein. Lassen wir mal so stehen. Oh oh. Als du versuchst, weiter in den Kräutergarten zu gehen, greift dich eine Riesenpflanze an. Hi. Bist du der erste Boss? Werden die immer mit so Extratexten angekündigt? Oh shit. Oh shit. Oh no. Oh Gott, ich würde das kein zweites Mal machen. Aber ich wette, die ist gegen Feuer empfindlich. Die wette Feuer macht das Ding hier richtig platt. Die Frage ist, gehe ich das Risiko ein? Ey, ich habe voll, warte, ich habe voll die Idee. Ich mache jetzt mal voll fancy Dinge. Ich werde nämlich jetzt die Stärke mal erhöhen von unserem Kameraden hier. Warte mal, kann die gegnerische Stärke auch erhöhen? Ach du grüne Neune. Ne, das machen wir nicht. So, habe ich den jetzt? Ich hoffe. Hat sie das jetzt schon gecastet oder noch nicht? Meine Güte, man erkennt das nicht. Aber die ist, glaube ich, noch in diesem Cast-Modus. Wir haben noch keine Animationen gehabt. Ich glaube, das steht noch aus. Shit, jetzt habe ich mich frontal vor den gestellt. Ich glaube, das war... Warum kann ich nicht angreifen? Hä? Warum kann ich jetzt nicht mit ihm angreifen? Oh, nee, ey. Oh, nee. Was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt mit dem zaubern? Ich würde mich eigentlich verteidigen wollen, damit er jetzt nicht so viel abbekommt. Aber ich weiß nicht, ob warten mit Verteidigung gleichzusetzen ist. Das ergibt ja keinen Sinn. Meine Fresse. Also, ich könnte natürlich mal Feuer jetzt probieren. Wobei, einen Statuswert erhöhen macht eigentlich mehr Sinn. Weißt du was? Wenn sie jetzt seine Stärke erhöht, dann wird er im Gegenzug ihre Intelligenz erhöhen. Wenn sie gleich mit ihrem Feuerzauber um die Ecke kommt. Wichtig ist nur, dass es irgendwann auch ankommt. Aber klar, du brauchst drei FP. Okay. Okay. Und jetzt ist seine Stärke erhöht durch die drei FP. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber wir lassen das mal so stehen. Ähm. Ich gehe mal hier so ein bisschen an den Rand. Aber auch ein bisschen auf den zu. Oh Gott, ich habe so Angst vor seinem ersten Angriff. Oh no, der geht auf Kodelka. Null Schaden, aber Zustandsveränderung. Die ist bestimmt vergiftet, oder? Hä? Ich dachte, der holt sich jetzt Minions ran oder so. Aber alles gut. Noch sind wir im Soll. Ich weiß nicht mehr, was diese FP bedeuten. Keine Ahnung. Diese Pausen, die du hier manchmal beim Laden hast, die sind so verstörend. Ist das der gleiche Angriff wie gerade eben? 52, okay. Das ist aber durchaus noch im Rahmen. Es sei denn, das Vieh greift mehrere Male hintereinander an. Ja, okay, wir sind vergiftet. So. Ähm. Aktion. Ich könnte schießen. Ich könnte es aber auch mit Feuer probieren. Und darauf wird es jetzt hinauslaufen. Ja. Sie hat gerade vier verloren. Mich verunsichert auch so stark, dass wir in den Menüs hier und da gelesen haben, dass 320, das glaube ich gut, dass manchmal Zauber auch daneben gehen können und sowas. Gar kein Bock, dass sowas passiert. So, wir warten jetzt. Was ist mit dir, Kumpel? Können wir mit dem gar nicht... Ah doch. Ach, ich war noch zu weit weg. Alles klar. Nee, dann ist okay. Dann werden wir den jetzt so richtig einheizen. Mit normalen Angriffen erstmal. Madamechen hat schon ganz gut vorgelegt. Aber Feuer hat mehr Schaden ausgeteilt. Interesting. Was zur Hölle macht dieses Vieh? Okay, das war relativ harmlos. Gerne mehr davon. Vor allen Dingen sah das auch nicht nach Zustandsveränderung aus. Das war gut. So, Kudelka wird jetzt ein weiteres Mal ein Feuerchen ablassen. Ich wette, wenn Edward nochmal angreift, dann ist er down. Es sei denn, die Bosse hier sind überheftig. Weil wir doch nicht vergessen, beide sind gebufft. Also es sei denn, das zählt nur für einmal. Aber das glaube ich jetzt mal nicht. Also für eine Runde. So, Aktion. Angreifen. Jawoll. Richtig geil wäre es natürlich auch wieder, wenn beide dann Level-Ups bekommen. Aber was habe ich gesagt? Mein Bauchgefühl lässt mich manchmal nicht im Stich. Sehr gut. Ich glaube, wir haben unseren ersten Boss gelegt. Mich irritiert und verunsichert nur leider wieder, dass es hier vorher keinen Speicherpunkt gegeben hat. Das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können. Oh, eine Heizkette und Zauberspruch Geysir gelernt. Wahrscheinlich das Wasser-Pendant zu dem Feuerzauber, den wir schon haben. Sehr gut. Hier war ja was. Wir sind ja immer noch in diesem komischen Raum. Okay. Meine MP sehen nicht mehr so geil aus. Meine Gesundheit ist dafür okayisch. Ähm, ausrüsten. Ausrüsten. Hä? Halskette. Äh, Erklärung. Ein goldenes, mit drei Smaragden besetztes Halsband, das zu groß ist, um von einem Menschen getragen zu werden. Ich weiß nicht, ob man das nicht schmaler machen könnte. Das heißt, irgendeine Statue müssen wir finden, der wir das um den Hals legen können und haben dann einen neuen Weg freigelegt, oder wie? Hä? Ich habe mich nicht mal umgedreht und jetzt kommt schon der nächste Encounter. Okay. Von mir aus. Was wartet denn hier? Ist das so eine Standardschabe? Ich glaube, ja. Eigentlich fast schade um die Zeit, weil uns so eine einzelne Schabe eher wenig weiterhilft. Ich verstehe gerade auch wieder gar nicht, über welchen Weg ich überhaupt in diesen Raum hier reingekommen bin. Aber irgendwann müsste ich ja wieder zurück, wenn ich ja einfach an den Rändern weiter entlang laufe. Also, hoffentlich wird diese Statue wenigstens eindeutig zu erkennen sein, wenn wir einmal vor ihr stehen. Vielleicht müssen wir das auch dem Typen da umhängen, der da am Boden liegt, aber der scheint ja auch ein Mensch zu sein. Ich glaube nicht, dass er damit gemeint ist. Ey, diese Kämpfe, das erinnert mich alles so ein bisschen an Wild Arms. Diese Kämpfe, die bringen uns halt irgendwie gar nichts, außer dass sie immens Zeit kosten. Ich habe vorhin mit Koudelka ein Schüsschen abgesetzt, aber ich glaube, so geht es schneller. Das ist, äh, ja, das ist so auf jeden Fall mit Zeitersparnis verbunden. Ich finde es auch so krass, wie nach so einem kleinen popeligen Kampf, hier solange auch der Black Screen dann immer anbleibt, bis du dann wieder weiterlaufen kannst. War eigentlich bocken, die Kämpfe. Nur, ah, ja, okay. Also, auf sowas warte ich dann gerne. Aber die Wartezeit ist halt genauso lang, wenn du nichts bekommst. Also, das hatte damit jetzt, äh, nichts zu tun. So. Kommt hier jetzt ein anderer Text? Eine Szene sogar? Eine Fragezeichen? Weil wir jetzt die Pflanze besiegt haben, oder was? Oh, mein Kopf. Was ist bloß passiert? Oh, ja. Ich erinnere mich. Das Monster. Wer in Gottes Namen seid ihr? Hey, wir haben sie gerettet. Ist das ihre Art, Danke zu sagen? Seit wann retten die Beleute, die ihnen völlig fremd sind? Bitte. Sie. Ich heiße Kudelka. Und das ist Edward. Wie wäre es, wenn Sie uns sagen, was Ihnen widerfahren ist? Ich heiße James. James O'Flaherty. Ein Auftrag hat mich zu diesem Kloster geführt. Wie in Gottes Namen konnte ich ahnen, dass es zu einer Brutstätte für Dämonen verkommen ist. Wie sind Sie dann in diesem Aufzug hier reingekommen? Durch das Haupttor natürlich. Das Hausmeisterpaar hat mich freundlich empfangen. Seltsame alte Ehepaar? Und das Essen? War Ihr Essen etwa nicht vergiftet? Wovon reden Sie da? Haben Sie den Verstand verloren? Sie haben versucht, uns mit Gift umzubringen. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Wer gibt Ihnen das Recht, einen ehrwürdigen Diener Gottes hinters Licht zu führen? Ihnen ist also nichts passiert? Natürlich nicht. Nicht, bis das Monster auftauchte. Ach, und wir haben dieses Monster erledigt. Wie komme ich nur dazu, ein Wort des Dankes von Ihnen zu erwachen? Sieh an! Wenn ich mir Ihre Erscheinung so betrachte, kann es nicht Ihr Glaube allein gewesen sein, der das Monster besiegte. Der Glaube allein hätte hier bestimmt nichts ausrichten können. Sieh einer diesen Sockel an. Er ist geborsten. Vor kurzem floss hier Weihwasser. Was geht hier vor? Allmächtiger Gott, gib mir die Kraft, diese Monster abzuwehren. Ich sehe, wir verschwenden hier unsere Zeit. Mhm. Gehen wir, Kudelka. Warten Sie. Warten Sie. Ich stehe zwar auf dem Herr des Herrn, aber es kann nicht schaden, vorsichtig zu sein. Ich schließe mich Ihnen an. Okay. Wie wär's, das erst mal als Frage zu formulieren? Vielleicht wollen wir dich gar nicht. Natürlich nehmen wir dich mit offenen Armen entgegen, weil wir hier gerade jede Hilfe gebrauchen können. Aber jetzt, da das Monster fort ist, ist der Brunnen wieder mit Weihwasser gefüllt. Uh. Du kannst hier speichern. Wow. What? Okay. Das hatte ich aber irgendwie anders abgespeichert. Vielleicht habe ich aber, vielleicht sieht auch hier das Speicherpunkt anders aus oder ich habe einfach das falsche Bild erwischt oder so. Aber voll gut. Dieser Ort erstrahlt in einem überirdischen Licht. Das Weihwasser scheint ihn gereinigt zu haben. Aha. Speichern. Da steht's. Yay. Kräutergartenzeit. Das ist ein Bild. Das sind echt wie Fotos aus so alten, einen Horrorfilm oder so. Aber den Stil, den feiere ich wirklich extrem. Ich bin gleich mal gespannt, was der für eine, für eine Waffe mitbringt. Ich werde dann zukünftig die, ähm, ich werde dann zukünftig die Speicheraktion auch wieder rausschneiden. So wie ich das eigentlich in allen anderen Spielen auch mache. Ich bin, also für mich ist hier Speichern gerade was voll Besonderes, weil ich da so lange drauf gewartet habe und das auch der erste Speicherpunkt ist nach, den ersten Spielstunden im Grunde genommen. So, da haben wir den James auch in unserer illustren Runde. Gucken wir mal. Mit den Händen. Was? Der hat nicht mal eine Waffe mitgebracht. Ist aber nicht so geil. Hä, warum? Warum kann er denn das Rohr benutzen? Das trägt doch gerade... Trägt das nicht gerade Dings hier? Warte. Ach nee, sie hat den Revolver wieder angelegt. Stimmt, da war ja was. Aber dann wäre es eigentlich ja okay, wenn er das Rohr jetzt nimmt. Warte mal. Ich will nur noch mal kurz vergleichen. Okay, Rohr wäre für ihn mit Stärke-Einbußen verbunden. Nee, dann würde ich sagen, können wir das erst mal so lassen. Seine Stats sind irgendwo zwischen Kudelka und Edward. Allerdings ist er auch eher ein physischer Angreifer, würde ich sagen. Mit einem relativ hohen Resistenzwert. Ich glaube, der ist so ein bisschen der Allrounder. Ich wette, der soll beides sein. Ähm, aber ich würde den schon ganz gerne als, ja, als physischen Angreifer auch nutzen. Okay, äh, so jetzt kann ich mal Folgendes vertesten, weil er hatte gerade nicht volle Energie. Ich stelle mich mal hier noch mal ran. Hä? Achso, ich dachte, man kann jetzt hier nur einmal speichern. Na, das wär's ja. Okay, speichern halt die Leute also komplett hoch. Gut, dass ich dem jetzt nicht irgendwelche Lebensmittel reingepfiffen habe. Denn, äh, vielleicht hätte ich auch nicht mal speichern müssen. Vielleicht hätte es auch gereicht, sich einfach nur ranzustellen. Keine Ahnung. Das müsste ich mir dann beim nächsten Mal noch mal genauer angucken. Aber das mit der Ausrüstung, das ist jetzt das nächste große Rätsel für mich, warum man hier wirklich gar nichts findet bisher. Okay. Die Gegner werden hier auch nicht viel spannender. Kann man eigentlich theoretisch auch aus Kämpfen flüchten? Habe ich das jemals probiert? Status bringt mir nichts. Warten, bewegen. Warte mal, über die Schultertasten. Ah, kann ich die Kameraperspektive ändern? Ach, und sogar ran und raus zoomen. Das wär interessant. Okay, brauchen wir aber alles nicht. Bitte warten. So, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob James, äh, auch Erfahrungspunkte kriegt, wenn andere die Gegner niederknüppeln. Aber ich würde vermuten schon. Gucken wir mal, ob er irgendwann Level-Ups generiert, nachdem er in einem Kampf, äh, vielleicht gar keine Aktion vollzogen hat. So, ich muss jetzt einfach noch mal kurz in diesen Raum hier reinlaufen, weil ich vorhin schon nicht verstanden habe, wie ich in diesen Gegner, also in diesen Boss-Screen dann reingekommen bin. Weil irgendwann beim Links-Ablaufen ändert der die Perspektive. Ach so, weil ich da von unten ankam. Okay, hier auf der linken Seite habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesucht. Aber da ist auch nichts. Und hier diese Plattform, die erschließt sich mir auch noch nicht so ganz. Ich will mal kurz auf der Karte gucken, wo wir gerade stehen. Nur um das irgendwie ein bisschen einordnen zu können. Was ist das denn für ein Symbol? Das ist ja komplett neu. Vielleicht steht dazu auch irgendwas im Booklet. Keine Ahnung. Ich finde die Karte hier, obwohl sie eigentlich relativ eindeutig ist, aber trotzdem wenig hilfreich. Kann ich eigentlich, wenn ich auf Start drücke oder auf Select, da passiert gar nichts. Ich dachte, dass man damit vielleicht schneller auf die Karte käme. Das würde das Ganze ein bisschen erleichtern. Aber ist egal. Ey, wir haben hier einen Heilungspunkt, wir haben hier einen Speicherpunkt. Ich bin voller Tatendrang. Es kann mich hier gefühlt gar nichts mehr aufhalten. Und wir haben nur noch einen Weg. Also besser, besser können es eigentlich gar nicht laufen. Wir können ja zusammen nochmal beim Hausmeisterpaar anklopfen, wenn wir da eh gleich... Nein, Mann. Ich will immer rennen und drücke dann Dreieck, was gar keinen Sinn ergibt, weil in keinem Spiel rennst du auf Dreieck. Das passt alles nicht zusammen. Den Kampf würde ich jetzt eigentlich rausschneiden, aber... Es war gut, dass ich es nicht getan habe, weil dann kann Edward mal zeigen, wie der... Äh, nicht Edward, sondern James. Mal zeigen, wie der im Kampf hier performt. Oh, die sind so eklig, diese Viecher. Toll, ey. Kann ich eigentlich gleich wieder zum Speicherpunkt zurückgehen, wobei sechs Schaden jetzt auch nicht so die Welt ist. So. Ich will eigentlich jetzt für diesen Kampf keine Munition verballern. Boah, ich stehe aber schon sehr weit vom Schuss und James noch viel weiter. Das ist alles, äh... Nicht so in meinem Sinne. Ich glaube, das müssen wir nochmal überdenken. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was James an Schaden austeilt. Ich kann es nur ungefähr erahnen. Boah, 30 Schaden bei so einem schwachen Gegner. Das ist schon... Das ist schon viel. Also James braucht auf jeden Fall Bewegungspunkte, weil er braucht ultralange, bis er überhaupt an die Reihe kommt. Da sind die anderen ja schon zehnmal am Zuge gewesen. Okay, da ist er. Das erste Mal, dass du dich hier bewegen kannst. Erreichst du den? Ist das diagonal? Ja, das sieht gut aus. So, James, dann zeig mal, was du mit deinem Rohr so anstellen kannst. 300 Schaden. Ist ganz ordentlich, aber ist auch kein allzu starker Gegner. Aber für den Anfang in Ordnung. Da ist er in seiner ganzen Pracht. Der sieht irgendwie... Irgendwie habe ich mir den anders vorgestellt, als der am Boden lag. Aber okay. Hauptsache, wir funktionieren alle im Kampf. Über den Rest kann man reden, wenn wir all das hier irgendwann überlebt haben. Hoffentlich. So, Formation. Formation. Also, ich habe eigentlich eine Idee. Ich muss gar nicht groß nachdenken. Wo ist er? Hier. Ihn stelle ich nämlich in die Mitte. So. Und James, den ziehen wir jetzt einfach nach vorne. Ja. Stehen sie alle am vordersten Punkt. Das heißt, wenn die mir jetzt zu weit weg sind, dann kann ich dafür nichts, weil mehr hat die Formation nicht zugelassen. Achso, hier muss ich wieder runter. Wie ich hier das mal den falschen Weg erst mal einschlage. Sehr gut. Dann lasst uns mal hier nochmal unser Glück versuchen. Nee. Hätte ja sein können, das ist James. Ich verwechsel den immer mit Edward. Irgendwie finde ich die Namen so ähnlich, obwohl die komplett unterschiedlich sind. Das sind für mich halt beide so eine typischen Oldschool British Male Names. So, wisst ihr, was ich meine? Hätte ja sein können, dass der James irgendwie so einen Schlüssel mitgebracht hat oder so. Keine Ahnung. Der bekreuzigt sich immer nach einem Kampf. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, wenn er das da überhaupt gemacht hat. Kein Plan. Auf jeden Fall war das gerade der gleiche Gegner wie beim Oh, wie beim letzten Kampf, wo ich euch drin gelassen habe. Äh, James O. Flaherty? Flaherty? Bin mir nicht ganz sicher, aber ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir wissen, dass er James heißt. So, was mache ich denn jetzt mit ihm? Ich habe mir seine Zauber auch gar nicht angeguckt, aber die werden wahrscheinlich alle das gleiche, das gleiche Portfolio haben, sage ich mal. Er muss auf jeden Fall ein bisschen Bewegung kriegen. Ähm. Ich würde sogar so weit gehen, jetzt hier alle Punkte reinzuballern. Ja. Damit er hier einmal auf 10 kommt mit einem Basiswert und dann zu den anderen aufschließt. Das ist okay. Sieht radikal aus, ist es auch, aber ich glaube trotzdem, das war die richtige Entscheidung. So. Und dann geht es hier nochmal weiter. Ich hoffe, man kann jetzt mit James im Schlepptau nicht an anderen Stellen, wo wir schon gewesen sind, irgendwas Neues bewirken. Aber ich finde, kein Hinweistext hat jemals darauf hingedeutet. Wir hatten eine Tür, die verschlossen war, wo es hieß, nur von der anderen Seite. Oh, hier könnte ich nochmal speichern, aber wir haben gerade... Ich will das immer wegdrücken und dann komme ich hier immer rein. Dann kann ich auch gleich abspeichern. So, haben wir es? Mit X drückst du das nämlich weg. So. Hier bin ich, glaube ich, noch nie auch nur einen Schritt reingelaufen. Aber ich habe die Befürchtung, dass hier wieder was Großes auf uns warten könnte. Es kommt bestimmt eine Cutscene. Was für ein dunkles. und deprimierendes Gebäude. Trotz der Kathedrale fühle ich nicht die Gegenwart des Herrn. Was trieb mich nur, mich hierher zu begeben? Man geht dahin zurück, woher man einst gekommen ist. Man wird zum Nichts in seinem Glück. Weil Tod mit dem Nassen ist. Lord Byron, nicht wahr? Ich zähle nicht zu seinen Bewunderern. Seine Lyrik ist zu unkultiviert. Und wer gibt Ihnen das Recht, den Wert seiner Gedichte zu beurteilen? Die Dichtkunst sollte Gläubige und alle Menschen in ihrer tiefsten Seele berühren. Sie sollte eine Quelle der Inspiration sein, wie bei Alexander Pope und George Herbert. mir wäre jeder Recht, der die Geister zu vertreiben hilft. Sogar der Sohn eines Zimmermanns, den Sie so sehr verehren. Blasphemische Heidin! Wie können Sie es wagen, sich so zu versündigen? Es ist lächerlich, Hilfe von jemandem zu erbitten, den man nicht einmal kennt. Und das in einer Zeit, wo in London Tag für Tag Menschen verhungern. Vermutlich alles heruntergekommene ungläubige Sünder, die den Tod verdient hatten. Für mich klingt das nicht so nach Dämonen. Das kam von dem Gebäude dort drüben. Das Gift hat uns nicht getötet. Jetzt versuchen Sie es auf die harte Tür. So ein Unsinn! Ach ja? Die Kugeln sprechen eine andere Sprache. Seid ihr verrückt? Irgendwie ist der James lustig. Der bringt auf jeden Fall einen interessanten Kontrast in die Gruppe. Okay. Gut, ihr Lieben, bevor ich jetzt ja auch nur einen Schritt weitergehe, ich hoffe, dass wir gleich nochmal zurückkommen, werde ich ja an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Bedanke mich hier fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!